Eine letzte Frage hätte ich noch, muss leider nur eine kurze Antwort bitten. Und zwar, es geht um den Umgang Österreichs mit den Oligarchen. Zwar ist Österreich ja grundsätzlich so eine enge Beziehung wie fast kein westeuropäisches Land zu Russland. Alleine 650 österreichische Unternehmen sind in Russland investiert mit 4,6 Milliarden Euro. Im Umkehrschluss sind es russische Firmen in Österreich mit 21,4 Milliarden Euro. Ist das der Grund, warum wir mit den Oligarchen nach wie vor in Österreich lasch umgehen? Weil Hans-Peter Haselsteiner ist mit der Strabag auf Distanz gegangen, Steyr ist mittlerweile auf Distanz gegangen. Wie sehen Sie das noch? Ich muss aber um eine kurze Antwort bitten. Man muss ein bisschen differenzieren. Die Sanktionen, was Personen betrifft, richten sich ja primär einmal gegen Personen, die im Umfeld von Putin auch an der politischen Willens- und Entscheidungsfindung und Bildung mitgewirkt haben. Das kann man jetzt nicht automatisch jedem Oligarchen unterstellen, also jedem dieser Unternehmenseigentümer. Ich glaube, da muss man einfach genau hinschauen und selbstverständlich bei allen, die da entweder von diesem System ungebührlich profitiert haben oder selber an solchen Entscheidungen mitgewirkt haben, die gehören da auch natürlich aus dem Verkehr gezogen, aus dem wirtschaftlichen. Es ist aber eh noch unwahrscheinlich, dass es einen Oligarchen gibt, der das aus eigener Kraft geschafft hat, ohne dass Wladimir Putin oder einer von Wladimir Putins helfen die Fingernspieler. Ich glaube, dass nicht wenige dieser Oligarchen ihre Vermögen oder ihre Unternehmen bei der Privatisierungswelle, das war noch vor Putin, schon geschaffen haben. Aber noch einmal, ich will das gar nicht verteidigen. Das ist ein System, das uns fremd ist. Das ist überhaupt keine Frage. Aber man muss schon ein bisschen unterscheiden zwischen der unternehmerischen Tätigkeit dieser Leute. Viele führen ja diese Unternehmen, wie immer sie zu denen gekommen sind, nicht unerfolgreich. Und letzten Endes mit vielen Investitionen in Österreich profitiert sogar unsere Volkswirtschaft davon. Das muss man schon ein bisschen trennen von den menschenrechtlich problematischen Machenschaften in Russland, und auch schon vor dieser kriegskriegerischen Handlung, weil Russland nicht gerade ein Hort der Menschenrechte hochgehalten hat. Auch das ist zu verurteilen. Aber dass diese Leute automatisch an diesen Dingen mitgewirkt haben, ihnen das vorzuwerfen, das wäre jetzt ein bisschen zu einfach. Aber ja, es wird jede einzelne Person auf den Prüfstand zu stellen sein. Das passiert auch auf europäischer Ebene. Und Österreich hat sich und wird sich selbstverständlich zu 100 Prozent an diese Sanktionsliste halten und selbstverständlich Geschäftsbeziehungen mit all diesen Leuten unterlassen oder abbrechen. Hut ab vor Haselsteiner. Aber es ist sicher nicht leicht, auf dieses Investment zu verzichten, nämlich wirtschaftlich gesehen. Das ist in Ordnung. Und da wird es sicher noch andere Beispiele auch noch geben. Aber noch einmal, pauschale Verurteilungen sind generell nicht geeignet, diese Situation zu bewältigen. Mhm. Vielen Dank.